Während der Louis hier nachlädt, ja, seine Pimmel-SKS. Neuigkeiten für euch. Morgen Stream, Sonntag. Zwischen 15 und 16 Uhr geht's los. Genaue Zeit erfahrt ihr dann bei Facebook oder wenn ihr mich gefollowed habt, kriegt ihr ja automatisch eine Nachricht. Spielen werden wir auf jeden Fall hier dieses Bugsette-Gedöns und die Hose, ja? Oh geil, wie die Hose sich hier so, ja, wenn wir den Sack so ein bisschen richten. Ja, egal, wir fangen hier an mit D-Set, ja, wollen die pimmelische Kack-SKS natürlich noch austauschen gegen irgendwas Schöneres. Die restlichen Kleidungsstücke einfärben, das Übliche halt, ja, das Übliche. Und dann die Granate, die wir haben, die müssen wir auch noch einsetzen, ja, bevorzugt gegen irgendwelche Kämpfenden-Heinis. Oder LKWs, ja, uh, 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 uh. Wenn wir nicht rausschießen können, bombt man halt raus. He, 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 ja, da freue ich mich drauf. Und, äh, ja, Links zum Theater stehen unten in der Bildbeschreibung. Oder Videobeschreibung ist es ja vielmehr. Und, äh, sehen wir uns morgen. Ja, wir werden vielleicht noch andere Spiele spielen. auf dem Programm steht noch FIFA Assassin's Creed oder irgendwas Überraschungsmäßiges gucken wir mal was die Stimmung so sagt 15, 16 Uhr wie lange keine Ahnung je nach Lust aber stellt euch mal nicht drauf ein dass das unbedingt bis nachts geht aber ein paar Stündchen werden wir das schon auf die Reihe kriegen also sehen wir uns morgen lasst es knacken das ist knacken